Wir greifen auf unsere Notizbücher mit OneNote zu, meistens ohne zu wissen, wo diese Notizbücher genau liegen. Solange Sie in OneNote im Zugriff sind, ist das auch nicht weiter ein Problem. Aber wenn Sie dann mal fehlen oder wenn wir wissen wollen, wo vielleicht noch Notizbücher liegen, auf die wir Zugriff haben, dann sind manchmal andere als die gewohnten Wege notwendig. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger, und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr OneNote-Notizbücher findet bzw. wiederfindet. Basis dafür ist die Frage, wo können OneNote-Notizbücher überhaupt liegen bzw. mit welchen Programmen können wir sie bearbeiten. Dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht, das habe ich auch in der Infokarte verlinkt. Deshalb hier nur ganz kurz. Ihr könnt OneNote-Notizbücher im Dateisystem ablegen, ihr könnt sie auf OneDrive ablegen, und ihr habt die Möglichkeit, sie auf SharePoint abzulegen. Wenn ihr in Teams ein neues Notizbuch anlegt, landet das auch in SharePoint. Wir können als Ausgangspunkt also OneNote nehmen und schauen, was uns dort angeboten wird, oder wir schauen uns die drei verschiedenen Ablageorte an und gucken, was wir dort finden. Wir starten zunächst mal von OneNote aus, und zwar starten wir mit der OneNote-Desktop-App. Die habe ich hier am Bildschirm schon mal vorbereitet. Wenn ihr hier ein Notizbuch braucht, dann geht ihr auf Datei öffnen, und dann bekommt ihr Notizbücher angeboten, und zwar zunächst mal die zuletzt verwendeten. Da seht ihr hier, wie die heißen. Direkt darunter steht, wo sie liegen. OneDrive hier oder hier auf dem Laufwerk oder hier Seite-Assets. Das heißt, das ist ein SharePoint. Wenn ihr mit dem Mauszeiger draufgeht und ein bisschen wartet, dann bekommt ihr auch den genauen Pfad oder den genauen Ort angezeigt. Was jetzt die OneDrive- oder SharePoint-Notizbücher angeht, bekommt ihr die angezeigt von den Sites, an denen ihr angemeldet seid, beziehungsweise mit dem Konto, mit dem ihr angemeldet seid. Das wäre bei mir jetzt hier akademie.arnoburger.de. Wenn ich auf weitere Sharepoints oder weitere OneDrive Zugreif haben möchte, dann gehe ich auf Konto und kann hier weitere Dienste verbinden, über Dienst hinzufügen, weitere Website, kann dann ein weiteres Microsoft-Konto angeben, über das ich dann auf SharePoint zum Beispiel Zugriff habe, oder kann auch gezielt ein OneDrive for Business – das ist das OneDrive, das ihr am Arbeitsplatz normalerweise habt – zugreifen. Das heißt also, hier beim Öffnen werden uns nur Notizbücher von OneDrive und SharePoint angeboten, von Konten, an denen wir hier auch angemeldet sind. Wenn es nicht hier unter den zuletzt Verwendeten ist, könnt ihr auch auf Durchsuchen gehen und euch dann hier durch die Struktur durchklicken. Ich finde das manchmal ein bisschen unübersichtlich, deshalb möchte ich euch das nachher auch noch im Dateisystem zeigen. Ihr könnt hier auch direkt auf OneDrive zugreifen und dann dort nochmal schauen, ob ihr etwas findet, oder auch auf die Websites. Aber ich persönlich finde das hier eher unübersichtlich, beziehungsweise ich kann eben nur aussuchen, was mir hier schon angeboten wird. Das sind nicht unbedingt alle Notizbücher. Soweit also zur OneNote Desktop-App und dem Finden von Notizbüchern. Wir wechseln mal zur Web-App. Ich habe die hier schon mal aufgemacht. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr dort hinkommt, dann gebt hier oben mal office.com ein und meldet euch mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort an. Dann findet ihr hier OneNote. Auch hier gibt es die zuletzt Verwendeten. Ihr seht wieder den Namen. Was ganz schön ist, ihr findet hier auch einen Link. Wenn ihr den anklickt, dann kommt ihr direkt an den Ort, wo dieses Notizbuch abgelegt ist. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, auf meine Notizbücher zuzugreifen. Das sind jetzt allerdings ausschließlich Notizbücher, die auf eurem OneDrive liegen. Mit mir geteilt wären dann auch Notizbücher von eurem OneDrive, wohingegen hier unter Zuletzt verwendet das eine Mischung ist. Da hätten wir OneDrive, da wäre SharePoint und so weiter. Zum Schluss noch zu OneNote für Windows 10. Das habe ich hier auch schon mal gestartet. Wenn du hier Notizbücher öffnen willst, dann gehst du hier auf das Büchersymbol, dann auf das Notizbuch, das aktuell angezeigt wird. Da kannst du auch andere Notizbücher wie zuletzt verwendet öffnen. Du kannst aber auch auf weitere Notizbücher klicken und bekommst dann Notizbücher von dem Konto angezeigt, an dem du gerade angemeldet bist. Wenn du das nicht findest, was du suchst, kannst du auf Konto hinzufügen klicken und kannst dich bei einem weiteren Microsoft-Konto anmelden. Dann werden auch diese Notizbücher angezeigt. Mehr Möglichkeiten hast du hier in OneNote für Windows 10 leider nicht, um aus der App auf die Notizbücher zuzugreifen. Der zweite Ausgangspunkt, von dem aus ihr OneNote-Notizbücher finden könnt, ist der Ablageort. Da starten wir mal mit dem Dateisystem. Ich rufe das Dateisystem gerne über Windows-Taste und E auf, bin dann im Windows Explorer. Dann könnt ihr hier über Dokumente auf den Standardordner der OneNote-Notizbücher zugreifen. Da seht ihr, ich habe zwei Notizbücher. Das sind jetzt Ordner. Wenn ich mal hier in so einen Ordner reingehe, dann seht ihr, es gibt zwei Dateien. Das eine ist ein sogenanntes OneNote-Inhaltsverzeichnis, und der zweite mit Punkt One ist ein OneNote-Abschnitt. Wenn mehrere Abschnitte da wären, dann würdet ihr hier auch mehrere solche Dateien Punkt One, also OneNote-Abschnitte, sehen. OneTalk steht für OneNote Table of Content 2. Diese Table of Content 2 habt ihr ab OneNote 2007. In älteren Versionen hieß das einfach OneTalk. Um den Zusammenhang mal ein bisschen genauer zu sehen, möchte ich euch kurz zeigen, wenn wir einen Abschnitt umbenennen, wie sich das hier auswirkt. Ich gehe dazu mal in die OneNote-Desktop-App, gehe auf dieses Beispiel für die lokale Ablage, und benenne mal hier den Abschnitt um. Dieser Abschnitt wird jetzt – ihr seht es hier – auch umbenannt. Diese Dateien Punkt One stehen immer für einen Abschnitt und OneTalk für das Inhaltsverzeichnis. Wenn ihr jetzt so ein Notizbuch aufmachen wollt – ich nehme mal das andere hier, das private Notizbuch – ihr seht, das ist im Moment noch nicht geöffnet. Dann ist es grundsätzlich am besten, ihr öffnet das Inhaltsverzeichnis, und damit wird das Notizbuch geöffnet. Dann werden die verschiedenen Abschnitte hier auch mit eingebunden. Über OneDrive findet ihr Notizbücher, indem ihr euch wieder hier bei office.com anmeldet oder eben auf dem Weg, der bei euch in der Arbeit üblich ist, zu diesem Ort kommt und dann hier OneDrive aufruft. In OneDrive kann es sein, dass die Notizbücher auf der obersten Ebene liegen, oder ihr habt Unterordner angelegt, und da liegen die drin. Im Unterschied zum Dateisystem ist es jetzt so, dass hier nur eine Datei für das Notizbuch steht. Ihr habt nicht diese Unterstruktur mit Table of Contents, also Inhaltsverzeichnis, und den verschiedenen Abschnitten. Wenn ihr das Notizbuch hier öffnen wollt, dann klickt ihr den Namen des Notizbuchs an, und das Notizbuch geht dann in der App OneNote fürs Web auf. Wenn ihr diese Datei jetzt in der Desktop-App öffnen wollt, dann klickt ihr hier auf In Desktop-App öffnen, und dann wird dieses Notizbuch in der Desktop-App geöffnet. Ihr seht das hier. Das ist jetzt gerade hiermit aufgerufen worden. Ab jetzt, immer wenn ihr die Desktop-App öffnet, habt ihr das Notizbuch dabei. Das ist auch der Grund, warum man dann relativ bald vergisst, wo dieses Notizbuch eigentlich liegt. Kommen wir als letztes zu SharePoint. Ich wechsle wieder in den Browser und gehe hier auf das Neun-Punkte-Menü, das App-Start-Feld, und wechsle jetzt mal zu SharePoint. Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, einen Überblick über alle Notizbücher, auf die ich auf SharePoint Zugriff habe, zu bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt in einen einzelnen SharePoint hinein, also zum Beispiel Einführung des neuen LMS, das ich ja gerne benutze. Wenn das hier eine sogenannte Team-Website ist, also keine Kommunikations-Website, dann findet ihr normalerweise hier im Menü ein Notizbuch. Das ist das Standard-Notizbuch. Es geht dann direkt auf, wenn ihr draufklickt, und ihr könnt es auch hier wieder in der Desktop-App öffnen. Ihr schaut mal in die Dokumentenbibliothek. Unter Umständen gibt es in der Dokumentenbibliothek in einem der Ordner – ich nehme mal hier Teilprojektschulung – auch Notizbücher. Wenn ihr ein Notizbuch sucht, ist es A und O immer. Ihr müsst mit dem passenden Konto angemeldet sein, wenn ihr mehrere Konten habt. Denn OneDrive oder auch SharePoint stellen euch die Daten nur zur Verfügung, wenn ihr mit dem entsprechenden Konto angemeldet seid. An eurem Rechnerlokal ist das ganz normal, da seid ihr ja angemeldet. Aber bei SharePoint und OneDrive kann es sein, wenn ihr mehrere Konten habt, dass es mal daran liegt, dass ihr ein Notizbuch nicht findet. Ich hoffe, das Video hilft euch ein besseres Verständnis über die Datei- und Ablagestruktur von OneNote-Notizbüchern zu bekommen. Ich hoffe, es hilft euch auch, eure Notizbücher besser wiederzufinden oder überhaupt mal Notizbücher zu finden, die ihr vielleicht im Zugriff habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auch über Anregungen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren, und bis zum nächsten Video! Ciao, euer Arno! Ach, stimmt! Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne noch ein Like!